Schaut den Toro an, I got a erection Schaut den Toro an, I got a erection Oh, deine Freunde sind tot, aber Astra Kulala hält dir immer noch die Stange Oh, deine Freunde sind tot, aber Daniel und Haupt bin mir nicht in die Zange Schaut den Toro an, I got a erection Schaut den Toro an, I got a erection Es ist Donnerstag, aber all deine Freunde sind tot Sie hängen in ihrem Doppelhaushälften, Klinisch sind die einfach tot Nur dieser Podcast, Astra Kulala, bleibt dir, wenn deine Kutte Feuer fängt Nur dieser Podcast, Astra Kulala, hält dir die Stange, wenn deine Kutte Feuer fängt Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between Wir haben Folge 226 am 8.8.2024 Seid ihr zurück, habt ihr euch erholt von diesem harten Wochenende Und zwar, es war Wacken, es war Sonne, es war Regen, es waren die Turbojugendtage, die Welt-Turbojugendtage Welt-Turbojugendtage, es war Rocken am Brocken Und Daniel Höthmann ist braun gebrannt wieder zurück Überhaupt nicht, ich habe überhaupt keine Sonne abgekriegt tatsächlich Haben die dich nicht aus dem Turbus rausgelassen? Haben sie nicht, das komische ist, dass meine Knie ganz doll braun sind, aber meine Beine unten bleiben immer gleich Das ist ganz, ganz seltsam Und seine Beine sind immer noch weiß Ja, meine Beine sind leider immer noch weiß Schönen guten Tag Ach man, was war das ein Wochenende, was habe ich bei dir alles im Insta-Feed gesehen Da war ja richtig was los Und bei allen anderen auch Wacken war, habe ich gesehen Welt-Turbojugendtage Welt-Turbojugendtage Vogelball Vogelball, Spektrum Was da hier alle los war Und überall entweder richtig Sonne oder überall Sonne und extremer Bumsregen Aber wie du mir gerade schon gesagt hast, möchtest du über diesen riesengroßen Elefant im Raum reden Der nicht rosa ist, der nicht ausgedacht ist Nein, dieser riesengroße Elefant ist Im Raum Nummer zwei ist Donald Schwamp Der Zonk Der hatte, der hatte vor ein paar Tagen, ist der eingeladen worden Von der Nationalen Vereinigung Sparzer Journalistinnen In Chicago, glaube ich Aus Spaß Aus Spaß, weil die sich gedacht haben, den Spaß gönnen wir uns mal Ne, ich finde das ziemlich gut, dass sie den eingeladen haben Und die Journalistin, die die erste Frage gestellt hat Die erste Frage ging irgendwie, ich glaube zweieinhalb Minuten Also allein, dass sie denkt, dass Donald Trump so eine lange Aufmerksamkeit hat Eine Spanne von zweieinhalb Minuten hat, finde ich schon sehr bemerkenswert Sie hat da direkt mit der ersten Frage irgendwie ihn super, super krass getriggert Weil es irgendwie darum ging, warum er denkt, dass Kamala Harris Kamala Harris, dass sie nicht schwarz wäre, sondern indisch Und dann hat Trump sie ausreden lassen Und dann hat Trump gesagt, er wurde noch nie in seinem Leben so böse, gemein und rüde In einer ersten Frage beleidigt wie in dieser Und da hat er ewig keinen gequatscht Und hat dann allen Ernstes gesagt Er ist nach Lincoln der wichtigste Präsident für die schwarze Bevölkerung in den USA Und er hat auch das meiste getan Für die schwarze Community Und das war halt so geil, weil natürlich im Publikum halt auch Ich glaube da waren so gut wie keine weißen Menschen drin, außer halt Trump irgendwie Und da war immer so ein Oh oder ein Ah und sehr viel Lachen und so Und dieses Interview, falls du es nicht gesehen hast, musst du dir auf jeden Fall angucken Das ist wirklich großartig Weil er auch gesagt hat Also auf die Frage, wie er darauf kommt Dass die Harris nicht schwarz sei Sondern irgendwie indisch Hat er gesagt Sie war immer indischer Abstammung Und hat nur mit ihrer indischen Abstammung geworben Ich wusste nicht, dass sie schwarz ist Bis sie vor einigen Jahren plötzlich schwarz wurde Und jetzt will sie als Schwarze bekannt sein Also ich weiß es nicht Ist sie indisch oder ist sie schwarz? Ich glaube, das sollte sich jemand anschauen Was ist denn los mit dem Typen? Also ich sag mal zur Erklärung Sie hat halt einen Vater, der aus Jamaika kommt Und die Mutter ist halt innerin Aber was ist denn mit ihm los? Was ist denn da falsch bitte? Das sollten wir uns mal angucken Irgendjemand sollte sich mal dringend ihre Ethnie angucken Oder was? Oder wie? Sollen da irgendwelche Forscher kommen und rausfinden So wie viel Prozent sie jetzt das und das ist oder was? Ich weiß gar nicht, was los ist mit dir Bist du im Politgame gefangen? Interessiert dich das gerade wirklich? Seit wann interessiert dich eigentlich Politik so sehr? Was hier in Deutschland passiert, das interessiert sie nicht Aber hier in Amerika Weil ich einfach glaube, dass sie Wie sie jetzt auch agiert Und ich weiß nicht, wie viele Interviews ich mir von ihr angeguckt habe Ich glaube, die kann das bringen Ich glaube, die schafft es Ernsthaft Weil sie anfängt Was Biden und alle anderen vorher nicht gemacht haben Einfach zu benennen, was Trump ist Ein viel zu altgeratener Weißer Ja, nee, das nicht mal Diktatorallüren Sie hat halt in ihrer allerersten Rede sozusagen Wo noch nicht mal so hundertprozentig klar war, dass sie überhaupt aufgestellt wird Hat sie sich halt hingestellt und hat gesagt, dass sie halt Generalstaatsanwältin von Kalifornien war Jahrelang Und sie ganz genau weiß, wie man mit Menschen umgeht, die Frauen schlecht behandeln Die andere Leute schlecht behandeln, die kriminell sind Also alles aufgezählt, was Trump halt ist Und sie hat gesagt, ich kenne solche Leute wie Trump Ich hatte jahrelang mit ihnen zu tun Aber das hat sie halt so super klar gesagt Dass das jeder dully verstehen kann Und das ist, glaube ich, gerade das, was passiert Dass sie gar nicht so krass auf dieses Wir machen das gleiche wie Trump Weißt du, wir blamen einfach nur unseren Gegner Oder unsere Gegnerin Und suchen halt wirklich nur so die extremen Varianten des Schlechten Und stellen das halt rum Sie benennt einfach ganz genau, was Trump ist Aber das halt nicht auf eine asoziale Kackweise Sondern einfach auf eine Weise, die jeder versteht Und das finde ich geil Unabhängig davon Das ist ja auch das Interessante Deshalb wirkt das Ganze halt auch wie eine große Folge Game of Thrones Oder House of the Dragons Oder House of Cards Oder House of Cards Mit all den Intrigen Kannst du dir vorstellen Ohne, dass es jetzt in so eine Richtung Ne, weiß ich nicht Querdenker Oder Weltverschwörungstheoretik scheiße geht Dass sich das Team der Demokraten Genau das so überlegt hat Also diesen kompletten Weg Dass wir beiden nochmal ins Rennen schicken Dass wir beiden auflaufen lassen Dass er sich selbst auflaufen lässt Dass wir dann Kamala Harris in diesem Zuge Wenn alle darüber berichten Dass Biden doch abtreten muss Ins Renn schicken Damit sie ein besseres Turbo hat Nach vorne zu gehen Und halt mit diesem Schwung Mehr mediale Präsenz bekommt Als wenn man gesagt hätte Ja, der Biden, der tritt jetzt halt ab Und Kamala Harris macht das jetzt so Auf jeden Fall Das wirkt so unfassbar inszeniert Und so gut So gut inszeniert Oder so gut inszeniert Weil egal wo ich jetzt gerade lese Politik, USA, Kamala Harris Es sind nur positive Kritiken Umfragen All das, was jetzt da gerade los ist Ist halt so Kamala Harris zieht an Donald Trump vorbei Wie kann Donald Trump Kamala Harris noch stoppen? Es wirkt so gestaged Also ich glaube halt Das ist von langer Hand Auf jeden Fall Ich finde auch Das hat nichts mit Mit dieser schlimmen Verschwörungstheorie zu tun Also mit so Schwurbler-Scheiße Sondern ich glaube wirklich Dass die das von langer Hand geplant hat Also ich glaube nicht Dass die beiden extra nochmal gesagt haben So mein guter Freund Jetzt tu mal wirklich so Als wärst du richtig dumm Also weißt du das hier Also du weißt Dass das nicht Putin ist Aber es würde uns mega helfen Wenn du vielleicht einfach sagst Dass es Putin wäre Weil wir haben Wir sind da was am Planen dran Achso Ihr wollt, dass ich ein bisschen Alterssinnige wirke Noch mehr Das kann ich Ja ich glaube das schon Ich glaube nicht Dass die das erst in den letzten Drei, vier Wochen Da irgendwie zusammen gebastelt haben Das glaube ich nicht Ich glaube auch Das ist von langer Hand geplant Aber es ist voll gut man Die zieht glaube ich Die richtigen Leute ran Und wenn ich mir angucke Auf Instagram Und auf TikTok vor allen Dingen Wie viele MusikerInnen Und SchauspielerInnen Und Künstlerschaffende Menschen Sich gerade auch mit ihr ablichten Das ist ja das Geile Sie ist ja voll nah So also mit wie vielen Leuten Sie sich einfach jetzt getroffen hat Und TikToks gemacht hat Also mit wie vielen KünstlerInnen Und so das ist total krass Das ist richtig abgefahren Und alle werben halt für sie Und es sind meist Also es sind sehr, 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 sehr viele People of Color halt auf jeden Fall dabei Und wie heißt die von Die hat bei Barbie mitgespielt Margot Robbie Margot Robbie Nein, nein, nein Nicht die Nicht Barbie Die andere Die in diesem Mattel-Ding da arbeitet Die mit ihrer Tochter hinter Barbie holt Du weißt Du weißt aber, wenn ich meine Genau, ich weiß nicht, wie sie heißt Die hat auch bei Superstorm mitgespielt So Und die vertritt ja so ein bisschen Ich glaube, die mexikanische Bevölkerung Auf jeden Fall Ich glaube, sie ist Mexikanerin Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage Aber alleine, was sie Für eine Strahlkraft in dieser Community hat Weißt du Wenn sie sich jetzt mit ihr ablichten lässt Und sagt so Ey, im Übrigen Ich unterstütze sie Weil das halt voll Sinn macht Sie so unterstützen Das ist halt richtig krass Dass die alle so ultramäßig Ja, ihre Reichweite nutzen Um halt sie halt auch nach vorne zu bringen Und wenn man sich mal so die Menschen anguckt Es gab auch bei TikTok immer mal so ein Ding Da haben die Trump und sie ineinander gesetzt Und dann die ganzen Promis gezeigt Die halt für Trump und Harris sind Und bei Trump sind da halt so Leute dabei Wo du echt denkst so Ja, das macht halt total Sinn Also Hulk Hogan zum Beispiel Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme Wo ich denke, Alter, du bist nicht mal Ist der überhaupt Amerikaner? Kommt der nicht aus Frankreich? Was ist denn los? Ich dachte, er wäre im Herzen Holländer Ja, dachte ich auch Aber er hat halt nur so Dulli-Idioten Weißt, er hat halt wirklich nur so Dulli-Deppen da Wo ich echt denk so Ja, okay Wisst ihr, wen ich auf meiner Seite hab? Die Expendables Ja, genau so Und dann würdest du im Westen Stallone sagen Äh, nee, Trump hast du nicht Tut mir leid, Dolph Lundgren Und ich seh das nicht so Wir gehen halt rüber zu Harris Macht halt mehr Sinn Wir fliegen lieber mit der irgendwo hin Und bekämpfen ein Regime Dein Regime Hab ich jetzt nicht Ah, nein Wenn es nicht so fürchterlich unterhaltsam wäre Ja, wenn es nicht so fürchterlich unterhaltsam wäre Und darum hab ich mir einfach wahnsinnig viel von ihr angeguckt Und ich find sie halt übelst sympathisch Und ich find's total großartig, wie sie agiert Und wie auch ihr Team sie darstellt Und wenn man dann die andere Seite sieht Wie Trumps Team dann wieder sie darstellt Das ist halt wieder dieses typische Trump-Ding Einfach drauf, dumm, nicht nachgedacht Aber Hauptsache dolle Weißt du, was ich mein? So Hauptsache irgendwie mies und böse sein Und genau das macht sie auch Aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene Das ist so ein bisschen Diese Waschmaschine hat seit fünf Jahren gesagt Dass sie ein Trockner ist Vielleicht sollte sich das mal jemand angucken Ja, genau Aber ich mein, guck dir Frankreich an So, die haben es ja auch auf einmal geschafft Dass die Rechten weg sind Bin ich doch richtig? Oder nicht? Frankreich hat doch Die haben doch jetzt Das war doch das große Ding Dass auf einmal die Rechten Im zweiten Wahlgang Ja, aber das war doch total Genau Und das war total krass Macron hat Frankreich sozusagen Vors Messer geliefert Und die Franzosen haben im zweiten Wahlgang gesagt So, okay Finden wir doch nicht geil Ja Jedenfalls nicht, solange die Olympiade bei uns ist Also ich möchte mit dir unfassbar gerne Das Olympiastudio hier in Hamburg sein Kann ich aber nicht Weil ich die Olympiade überhaupt gar nicht mit verfolge Also ich habe nichts von Olympia gesehen, glaube ich Außer es wird mir halt irgendwie so ein bisschen In meinen TikTok-Feed geballert Wenn irgend so eine Akrobatin Ich nenne sie jetzt mal Akrobatin Ich weiß nicht, wie das Die sportliche Sache da heißt Wenn irgendeine Schaustellerin Ja, irgendeine Akrobatin rennt halt auf so einen Bock zu Und springt dann und macht halt so 20.000 Drehungen irgendwie Und das muss wohl das krasseste gewesen sein Was seit, weiß ich nicht, 1940 irgendwie im Sport passiert ist Und ich denke mir, ich sehe das halt Und denke mir halt so Boah, das ist aber schon ganz gut gemacht Aber ich sehe da nicht, dass es halt total krass ist Weißt du, was ich meine? Das ist so Ja, die macht halt so ein paar Salty da oben Boah, ist okay Aber Olympia interessiert mich halt auch überhaupt nicht Ich habe früher viel Olympia geguckt Vor allem Schwimmen Und Tischtennis hat mich interessiert Das als Kind schon, ne? Ja, als Kind ja Ja, als Kind schon Aber das ist völlig, völlig an mir vorbeigehen Was ich gesehen habe beim Tischtennis war geil Ich weiß nicht, wenn er gegen wen gespielt hat Auf jeden Fall kam dann halt der Ball Und der eine Dude hat den so angeschnitten Und so hoch gespielt Dass der ganz knapp hinterm Netz gelandet ist Und der Gegner denkt sich Oh, der kommt richtig hoch Den haue ich ihm jetzt voll um die Ohren Aber der war so angeschnitten Dass er direkt wieder zurückgegangen ist Weißt du, wie ich das meine? So, kommt auf der richtigen Platte an Ist aber so angeschnitten Dass er wieder übers Netz geht Dass der Typ überhaupt nicht drankommt Das war krass Das, was wir damals immer gemacht haben An schnibbeln An schnibbeln An schnibbeln Habe ich mich sowieso gefragt Warum das nicht häufiger verwendet wird Dass man der Ball angeschnippelt wird Haben wir doch immer gemacht Wir haben immer versucht den Ball anzuschreien Vor allem beim Rundlauf So richtig mies und fies Und vor allem wenn man dann mal Rundlauf Auch noch Allianzen gebildet hat Weißt du, wenn du mit sechs Leuten Rundlauf gespielt hast Und zwei Leute haben so eine Allianz gebildet Und dann, wenn der eine Typ dran war Der den Ball so richtig schön hoch Zu dir hingespielt hat Und dann ist ja der nächste dran Und du haust ihm halt so dermaßen Diesen Ball um die Ohren Weil er so schön hochgekommen ist Und dann waren hinter die beiden Allianzen Dann im Finale Habt ihr Rundlauf mit Richtigen Tischtennisschlägern gespielt? Ja, auf jeden Fall Oder mit einem Tennisball Weil wir hatten damals Mit der Hand und so Wir hatten damals nur ein Tennisball Nee, das war uns immer zu primitiv Wir haben wirklich Wir haben wirklich immer Das war uns zu primitiv Ja, ist es doch auch Damals Nein, wir haben immer wirklich Tischtennisschläger mitgab Weil auch, muss man ganz klar sagen In einem Spuren damals Wo ich auf Schule war Sehr, sehr viele Leute Tischtennis gespielt haben Also wirklich extrem viele Leute Im Verein Und auch sowieso privat Und keine Ahnung Und jeder hatte einen Tischtennisschläger Hatten wir immer mit in der Schule Und dann haben wir immer Hier schön Rundlauf gespielt Das war schön Die Welt-Turbo-Jugend-Tage Im Molotow Endlich waren sie wieder Endlich war der Kiez voller Turbo-Jugend Männer Männer Nee, nicht nur Es waren relativ Na, das war Also 90 Prozent Es ist 90 90 Prozent würde ich nicht sagen Sag mal 80 80 Prozent Männer Und ihre Freundinnen waren mit dabei Also wie auf dem Wacken Im Prinzip Ein bisschen wie auf dem Wacken Aber es war so sweet Ich bin das erste Mal eingeladen worden Ich kannte das halt Dadurch, dass Ich immer das Gefühl hatte Dass gerade Die Welt-Turbo-Jugend-Tage Dann waren Wenn auch Reeperbahn-Festival War Und früher war Sozusagen Deren Place to be Das Schlemmer-Eck Das Schlemmer-Eck Auf dem Hamburger Berg Da haben sich irgendwie alle getroffen Das gibt es leider nicht mehr Das ist so eine alte Kiez-Kneipe gewesen Da ist jetzt eine Shisha-Bar drin Glaube ich Kiosk-Shisha-Bar Bubble-Tee Bubble-Tee-Bar und so Aber Arne Von der Turbo-Jugend Hier in Hamburg Hat sich gedacht Und das auch schon seit dem Ich weiß gar nicht Wie lange es die denn schon gibt Oder wie lange Er schon ausrichtet Und jetzt machen die es halt im Molotow Und das war eine ganz Swiete Veranstaltung Du hast vollkommen recht Es war eine sehr weiße Cis-männliche Veranstaltung Mit ganz vielen Betrunkenen Menschen Aber aus aller Welt Und alle waren Irgendwie gleich Sweet zueinander Also Ich habe ein bisschen gedacht So Ich fühle mich doch so mit Als jüngste Person Die hier gerade Vor Ort ist Mit dem Ohne Kutte Aber Alle waren unfassbar Nett und freundlich zu mir Also es gab überhaupt Gar nichts Wo ich Wo ich jetzt gedacht hätte Das würde man Heutzutage Aber nicht mal machen Mit meiner Vogue-Bubble Sondern alle Es war Das ist eine Bubble Und es war eine Mega-sweete Bubble Und ich war drei Tage da Und es waren Du warst drei Tage da? Ich war drei Tage da Also was ist mit dir los? Ja ich wurde drei Ja eigentlich waren es ja vier Tage Aber ich war eingeladen Und am Donnerstag Habe ich halt den Kompletten Tag halt mitgemacht Hab ich die Bands angeguckt Hab mit denen getrunken War sogar noch im Uwe Weil im Uwe war Die Aftershow-Party Wo es keinen DJ gab Sondern es gab nur Karaoke Mhm Und Ich will auch nicht mal sagen Es war besonders gutes Karaoke Es war eher so dieses Karaoke Was man Was man kennt von Von How I Met Your Mother Kannst du dich noch in die Folge erinnern Wo Ted Drüber spricht Wie es ist Wenn er eigentlich betrunken Rappt und singt Und er dieses Bild von sich hat Mic Drop Mic Drop Und es voll krass ist Und dann sieht man Die Realität Wo es Total schrecklich ist Und man denkt einfach so Bitte Halt den Mund Ja Und sagen wir mal so Zu 95% war diese Karaoke halt Mehr so Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen Selber mitzumachen Was hast du gesungen? Ich habe von Blondie One Way or Another gesungen Okay Mit einer Freundin Die halt unbedingt singen wollte Und es war so Bitte ich will kein Karaoke Doch ich habe uns gerade angemeldet Und dann sind wir hochgegangen Und dann war es so Okay ich kümmere mich um den Text Und du kümmerst dich um die Performance Und danach ist auch noch einer zu mir angekommen Und meinte halt einfach so Ey Ey du solltest wirklich singen Das ist voll krass Ja Dankeschön Fuck you Aber Freitag war auch Molotow Alle zusammen Samstag haben die noch Irgendwie so eine Bar Kassenfahrt gemacht War auch eine Band drauf gewesen Samstag war ich auch noch beim CSD Der war ja auch noch Wir können auch über den CSD reden Aber ich weiß nicht War einfach eine große Mega Veranstaltung Die irgendwann ins Wasser gefallen ist Wortwörtlich ins Wasser gefallen ist Weil ungefähr 20.000 Liter pro Quadratmeter runtergefallen sind Irgendwie zwischen 18 und 19 Uhr Und dann Dann habe ich eigentlich auch gedacht So ja Das ist Zwischen Schlagermove und CSD Trennt da halt auch nichts Nachdem der Regen gefallen ist Ich aber hingegen So Meine Woche fing ja schon Montag an Wie bei den meisten Ja Wie bei den meisten Ich habe mich Jetzt ne Nach drei Wochen Ich habe mich Mit Dem Studio unterhalten Was mich angerufen hat Im Sinne von Du Wir müssen mal über Unser Geschäftsmodell sprechen Genau Du scheinst ein Interessanter Künstler zu sein Mit dem wir gerne zusammenarbeiten wollen Du Wir müssen mal reden Du Lass uns doch mal telefonieren Wie können wir deine Karriere Richtig in Schwung bringen Genau Und ich muss dir sagen Ich hätte es dir auch noch Ich habe es nämlich aufgenommen Geil Ich hätte es dir auch noch zeigen können Und es war so todlangweilig Ernsthaft Es war todlangweilig Todeslangweilig Ich habe folgende Fehler gemacht Okay Ich habe nicht das gemacht Was du gesagt hast Es fiel mir total schwierig Mich dumm zu stellen Es ist was anderes mit Joe Biden Wenn man ihm sagt Sei doch mal ein bisschen seniler Bei mir war es halt Sei mal ein bisschen dümmer Ich habe es nicht geschafft Okay Und die nächste Sache war Der Typ Der mit mir telefoniert hat Der war auch noch relativ sympathisch Also ich konnte überhaupt noch keinen Groll Oder sowas aufbauen Hätte ich das machen sollen Mir ist es egal Ob die sympathisch sind Ja der war ja Der hatte erstmal nichts Böses im Sinne Ja Das war nicht so der schmierige Typ Von dem man so denkt Oh den Dich Dich haue ich mal in die Pfanne Sondern es war einfach jemand Der Engineer war Von diesem Studio Und mit mir über diese Produktion gesprochen hat Er wollte mich erst per WhatsApp anrufen Hat er nicht geschafft Musste mich Musste mich über das Musste mich über den Hausanschluss anrufen Und dann habe ich mit ihm gesprochen Und dann hat er dieses übliche Sachen Frag mich irgendwas Frag mich irgendwas Und ich kann dir erzählen Wie es da gelaufen ist Achso Du musst mich fragen Ich muss Was kostet der Spaß Da kommst du ja Hier gleich mit der ersten Frage Ja klar Gegengeschossen Was kostet es und was kriegst du Ich musste ja erstmal herausfinden Was sie eigentlich sind Und eigentlich sind sie ein großes Studio Was über 400 Produktionen im Jahr macht Wichtig sind immer Zahlen Ja ja ganz klar Und er selbst ist halt ein Engineer Und er selbst hat mir gesagt Ey Ich bin dafür da Deinen Sound In etwas zu bringen Wo du denkst So geil Da bin ich mir ja mit zufrieden Hä wie mein Sound Ich dachte Ich weiß ja nicht mal was ihr macht Ja ich bin ja eigentlich nur dafür zuständig Dass wenn du Songs hast Dass wir die dann aufnehmen Und dass ich dir den Sound gebe Den du halt richtig richtig geil findest Das macht er bei Er macht 80 Songs Im Monat hat er gesagt 80 Songs Wichtig ist es halt auch immer Wenn man solche Gespräche hat Immer nochmal nachzufragen Auch gerade wenn es halt um Zahlen geht Weil er hat irgendwann dann auch gesagt Er macht ja 60 Songs im Monat Und ich hab auch so gesagt Okay Alles klar Ihr macht so 400 Bands Und 400 Produktionen im Jahr Das heißt ja Ihr macht ja jeden Tag Mindestens eine Produktion Müsst ihr ja machen Halt auch am Wochenende So Und das hat er das Ganze Das Ganze hat er immer so revidiert Und hat immer Um den heißen Brei herumgesprochen Und Dann war es auch so Dass ich gefragt habe Weißt du was du machst Du sagst mir doch jetzt erstmal Eine Band Wo du halt richtig stolz drauf bist Dass du diese Produktion gemacht hast Weil So kenne ich das eigentlich Wenn irgendwelche Leute kommen Und sagen so Man gibt ja an Man gibt ja an Ich hab gesagt Mach doch mal ein bisschen Name-Dropping Was für ein Album hast du denn schon produziert Für wen Der hat halt auch wieder Drumherum gesprochen Hat gesagt Du kannst bei uns Auf der Homepage sehen Mit wem wir alles zusammengearbeitet Und dann haben wir gesagt So komm jetzt Sag's doch einfach Wenn du Wenn du wirklich Im Monat Genau Er hat gesagt Im Monat macht er halt 80 Songs Und dann ist er so runtergegangen Auf 20 wahrscheinlich Und dann war es waren ja Irgendwie 60 Ja keine Ahnung Er hat wirklich lange drumherum gedruckst Und ich hab irgendwie Über Minuten Dann immer wieder die gleiche Frage gestellt Bis er mir gesagt hat Du Ja hier so eine Band wie Fetzer Das ist die letzte Produktion Wer Fetzer Mit TZ Ja mit TZ Also nicht Fett sagt Noch nie gehört Noch nie gehört Ich hab's mir auch gleich Hab ich die Computer aufgemacht Hab ich bei Bei Instagram Sag ich schon bei Spotify eingeben Hab gesehen Dass sie wahnsinnige 199 monatliche HörerInnen haben Und mir diese Songs halt angehört Krass Richtig krass Nichts gegen die Band jetzt Aber krass Aber eigentlich nur Du möchtest eigentlich deine Arbeit Irgendwie in irgendeiner Form präsentieren Und dann nimmst du ja etwas Entweder sagst du es vom Sound Oder halt auch von der Reichweite Also natürlich werden die Produzenten Die an Nina Chuba gearbeitet haben Auch Nina Chuba Auch immer als Referenz geben Ja natürlich Nimm dir einfach Moses Schneider Ja 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 Das Beispiel hab ich auch gemacht Moses Schneider ist bekannt dafür Dass er die Beatsticks album macht Ja ja Und natürlich ist da auch mal Olli Schulz mit dabei Aber man weiß halt Aber man weiß die Beatsticks So man weiß halt Wo er seine Finger halt mit dran hat Und das Das war da halt nicht gegeben Ja er hat seine Finger halt Bei Fetzer mit drin Wow Nichts gegen die Band Fetzer Nein 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 Aber das ist halt so Ja Also alles in allem Hat er mir Dann sozusagen Klar gemacht Dass es irgendwie Er dann doch Um die Studioproduktion geht Die dann so Ganz normal Irgendwie bei 1500 Euro 1600 Euro pro Song halt geht Wenn wir mal mit zwei Stunden Länge an einem Song arbeiten Dann ist das auch egal Hauptsache das Endprodukt stimmt halt Genau Aber es ging ja erstmal darum Dass er Dass das Studio Mich locken wollte Mit Reichweite Alter Die wollten dich dick machen Na ja was denn Ja hab ich Ja hab ich mich auch gefragt Weil ich gedacht habe Ey so wie ihr euch Auf Instagram präsentiert Ja Und so wie ihr Mich halt angeschrieben habt Auf Instagram Hab ich auch gedacht Dass da irgendwie Eine Online Promotion Firma Dahinter steht Also ja Also das ist eigentlich Nicht jetzt Unser Themenbereich Den wir irgendwie haben Aber wir haben Leute Die sich damit sehr gut auskennen Und ihr würdet so gesehen Dann Coachings bekommen Ja der Praktikant mit dem iPhone 14 Pro Oder was Der macht es denn Oder wie Ist doch Vorspielung Falscher Tatsachen Ey aber Für diese 15 Minuten Die eigentlich angedacht gewesen sind Hat er sich wirklich Nochmal 15 Minuten länger genommen Weil ich hätte ihn auch immer gefragt Aber er muss doch so viel produzieren Wie kann er da denn Zeit haben Hat er dann nachher auch gemerkt Als er mich dann abgewürgt hat Er hat mich dann wirklich abgewürgt Ich hab ja auch noch den nächsten Korn Wir müssen jetzt hier mal aufhören Weil ich glaube ich hab ihn Außersehen am Anfang Gleich verständlich gemacht Dass ich ein Team um mich herum habe Ja Einziger Fehler Ja total Ich hab's ja nochmal nachgehört Ja Und dann hab ich gemerkt Ah du machst schon am Anfang klar Dass du eigentlich schon ein Team um dich herum hast Und schon wurdest du halt uninteressant Ja Und er wollte eigentlich schon auflegen Und dann kamen halt meine Fragen Welche Bands habt ihr schon produziert Mit welchen Bands arbeitet ihr zusammen Wie viel kostet der ganze Spaß Ich hab halt dann auch gesagt Ey wenn ich mit Leuten zusammen arbeite Dann kommen die und sagen Auf Spotify Hab ich mir diesen und diesen Song angehört Finde ich mega geil Ich könnte mir vorstellen Dass wir das und das und das machen Und dann hab ich mich halt auch gefragt Welchen Song von denen Die ich halt gerade drauf hab Fandst du nur am interessantesten Ja ich hab nur diesen einen Song gehört Den einen da Hier irgendwas mit Regen und Afrika Ja genau Mit Regen und Afrika Ich so Okay alles klar Aber du hast nur einen Song gehört Und dann war euch schon gleich bewusst Dass ihr mit mir zusammenarbeiten wolltet Und kannst jetzt überhaupt gar nicht Über meine Produktion reden Weil ich hab mich nur gefragt Was würdest du denn anders machen Naja genau Was würdest du ändern Das würde ja beim nächsten Gespräch halt folgen Ah das ist alles Also komm jetzt mal ehrlich Diese Firma stellt sich Von Anfang an so dahin Und redet und tut Und sagt dir Dass sie es schafft Dich bei TikTok und Instagram Durch Social Media halt dick zu machen Es wurde irgendwie überhaupt nicht davon geredet Dass sie auf einmal Musik produzieren So Gar nicht Also und wenn dann halt so minimal Darüber haben wir auch nie geredet Hier in den letzten zwei Malen Wir haben nie über Musikproduktion geredet Wir haben immer nur darüber geredet Wie es diese Firma schafft Dich halt dick zu machen Und deine Träume wahr werden zu lassen So Das Das war der Grund Warum wir überhaupt Auf die eingestiegen sind Hätten wir gewusst Dass es um Musikproduktion geht Hätten wir sofort gesagt So ja Ne lass mal Also wir sind interessiert Und das jetzt gerade Ist ja voll belanglos Wir möchten ja Dass du uns dick machst So Also ist ja totaler Quatsch Und das ist ihm dann In dem Moment auch Sehr schnell bewusst geworden Als er mit mir gesprochen hat Und auch Als er gemerkt hat Was für Fragen ich stelle Dass ich nicht leicht abzuholen sei Ja So er hat dann noch Noch gefragt So wie es halt mit den Förderungen aussieht Und für welches Projekt Und da habe ich halt auch gemerkt So okay Alles klar Der versucht mich jetzt auch gerade Ein bisschen abzuwimmen Weil der merkt Dass ich mehr weiß Als ich eigentlich sollte Du kannst dich halt nicht dumm stellen Ich kann mich da dann auch nicht dumm stellen Und Dann habe ich auch nachhinein gemerkt So Ich hätte Hab dann auch überlegen Vielleicht Mache ich da irgendwas draus Verstelle die Stimme Oder Also seine Stimme Und packe das jetzt hier In diesen Podcast rein Aber Das Gespräch ist halt einfach Das läuft so So aneinander vorbei Ist noch nicht mal ein guter Musiktalk Oder sowas gewesen Sondern ich habe einfach nur gedacht So Eigentlich ist es total intelligent Gerade wenn ihr junge KünstlerInnen seid Dass ihr diese Gespräche Mit Menschen Die ihr nicht kennt Den ihr nicht vertraut Gerade wenn es um diesen Themen Im Businessbereich sind Über Kommunikation Promotion Ich möchte gerne dein Management werden Dass ihr die aufnehmt Und dann nochmal hört Weil im Gespräch selber Ist man immer so vertieft Und Leute die leicht manipulieren können Setzen Bestimmte Cues Dass du dich wohlfühlst Und dass du ein gutes Gefühl hast Das hat er nämlich auch versucht Weil am Anfang Also geiler Song Geile Produktion Haben wir uns halt auch gefragt Wie so eine Produktion Nicht so viel Aufmerksamkeit Auf Instagram erreicht Gleich so dieses Lovebombing Gleich so dieses Hey Und dann machen wir noch Und kannst du nicht vorstellen Das Und Dass man das aufnimmt Und dann am Ende Sich dann nochmal anhört Um wirklich mal Auf die Die objektiven Fakten zu gucken Was können die mir anbieten Was wollen die eigentlich Welche Reichweite Haben die Welche Erfahrung haben sie Wie arbeiten sie eigentlich Und mal zu schauen Außerhalb dieser ganzen Komplimente Und dieses ganzen Love Bombings Was bietet mir diese Firma Mit der ich zusammen arbeiten will Wenn ich ehrlich bin Dass mir das jetzt Auch erst mit 42 auffällt Dass es total intelligent ist Das hätte mir auf jeden Fall Die eine oder andere Mark erspart Weil Ich erzähl jetzt mal was Weil Daniel halt auch Namen kennt Müsste Daniel jetzt auch Mir zuspielen Und ich versuche das Ganze Ohne Namen zu nennen Okay Als Information Hier in den Podcast Hinein laufen zu lassen Okay Sagen wir mal so Ich komme aus einer Band Die mal betreut worden ist Betreut von außen Mit Informationen Und mit Ratschlägen von außen Von einem Menschen Den wir bezahlt haben Von einem Menschen Der auch dafür gesorgt haben Dass wir eine Initiative Musikförderung Bekommen haben Für das vorletzte Album Diese Initiative Musikförderung War relativ hoch Ich glaube so Dass wir mit unserem Eigenanteil Und dem was wir Von der Initiative Musik Bekommen haben Ich glaube da waren So zwischen 40.000 Und 45.000 Euro Mit dem Spiel Was eigentlich relativ Viel viel Geld ist Ich meine andere Leute Kaufen sich da ein Auto für Oder zahlen halt Ihre Wohnung für an Oder was kannst du Mit 45.000 Euro Alles machen Ganz viel Red Bull kaufen Ganz viel Red Bull kaufen Legen das an Aber da sind bestimmt HörerInnen die sagen So what So viel Geld Und ich sage ja So viel Geld Aber so viel Geld Ist auch leicht weg Und ich kann nur sagen Dass wir damals halt Beraten worden sind Zu einer Promotion Firma Zu gehen Weil eine beratende Person gesagt hat Es ist wichtig Dass ihr in der heutigen Zeit Eine Beratung bekommt Über Social Media Für mich war das Damals irgendwie vollkommen klar Ich meine das ist auch schon Fünf Jahre her Fast Dass das sein muss Weil wenn jetzt was geht Dann geht es halt Über Social Media Und habe einfach so viel Vertrauen gehabt Dass ich über 50 Prozent Von dem was wir von der Initiative Musik Als Förderung bekommen haben Gesagt habe Das geben wir jetzt Dieser Promotion Firma Jetzt kannst du mal fragen Was die Leistungen dafür Gewesen sind Hauke Was waren denn die Leistungen dafür Also wir hatten ein Erstgespräch Und dieses Erstgespräch Basierte sehr auf Vertrauen Weil jemand gesagt hat Das ist eine gute Firma Und Sympathie Weil die Person Die mit uns gearbeitet hat Die in dieser Social Media Firma gearbeitet hat Sehr sympathisch war Die hat die gleiche Musik gehört Die kannte Auch das Album Hat da reingehört Und man hat wirklich gemerkt Da ist jemand da Der hat sich mit dieser Band Auseinandergesetzt Das mir erst mal Ein gutes Gefühl gegeben hat Und was irgendwie Wo ich gedacht habe Geil Der interessiert sich ja Wirklich jemand Für die Musik Die wir halt gerade machen Und ist halt on point dabei Zu sagen Das bringen wir nach oben Die nächste Situation war Nach diesem Erstgespräch Wo wir uns entschieden haben Das zu machen war Wir bauen einen Redaktionsplan auf Redaktionsplan heißt Was könnten wir denn Für bestimmte Release An Social Media Content machen Das war auch vollkommen okay Man hatte immer jemanden Mit dem man sich halt Irgendwie auseinandersetzt Aber Frage ist dann so Okay Von wem kam der Social Media Content Von euch Richtig Das heißt sozusagen Alles was wir aufgebaut haben Diese schicken Werbevideos Und All das Was halt sozusagen Der Content an sich war Den haben wir gebaut Dann könnte man denken Ja okay Was kommt denn da noch Ich weiß gerade nicht Wo es hingehen soll Ich bin ganz ehrlich Ich bin gerade ein bisschen verwirrt Moment Ich muss jetzt Ich muss jetzt irgendwie Irgendwie klarkommen Also diese Firma Ich weiß auch Ich bin auch gerade Nicht so drin Dass ich irgendwie weiß Worum es gerade geht Muss ich ganz ehrlich sagen Entweder bin ich alt geworden Hab es einfach vergessen Und du hast es mir bestimmt erzählt Worum es geht Und wenn wir gleich jetzt weiterreden Weiß ich das auch wieder Also im Endeffekt Habt ihr eine Promotion Firma engagiert Und habt den 45.000 Euro In Rachen geschoben Nope Die Hälfte Uns wurde auch noch gesagt Es wäre sogar besser Wenn wir mehr als die Hälfte geben Also je mehr Geld wir geben Desto besser können wir natürlich betreut werden Okay Alles klar Aber im Endeffekt habt ihr die ganze Arbeit gemacht Im Endeffekt kommt der Content von uns selbst Genau Ihr habt alles gemacht Also diese Videos Diese Videos Und designt Und keine Ahnung Und bla Also das was ihr vorher auch schon gemacht habt Habt ihr sowieso schon gemacht Das haben wir sowieso schon gemacht Okay Und dann habt ihr das rübergegeben Oder habt ihr das auch selber gepostet Am Anfang war es so Dass wir es selber gepostet haben Beziehungsweise Gab es ein System Wo es eingepflegt werden konnte Ja Sozusagen wie Von der Firma Von der Firma Wie einen Kalender Ja So dass das alles zur gleichen Zeit Wann auch immer Von dort aus gepostet werden konnte Aber ihr habt es selber gemacht Aber wir haben den Content natürlich selber erstellt Und die Firma hat dann was gemacht? Gar nichts oder was? Das ist die große Frage Aber die müssen es doch verbreiten irgendwie Aber die müssen noch irgendeine Gegenleistung geben Das wäre dann sozusagen Du schaltest eine Werbung auf etwas Okay Und wenn du eine Werbung auf etwas schaltest Sagen wir halt Ich glaube damals hieß es nicht mehr Noch nicht Meta Damals war es halt Facebook Und damals war es Instagram Bauen die eine Kampagne für dich halt auf Ja Sie gucken in die Analytics Und schauen Wo können wir denn das Werbebudget aufteilen Dass man die größtmögliche Reichweite bekommt Frage ist Glaubst du, dass in diesen mehr als 20.000 Euro Das Werbebudget schon mit drin gewesen ist? Ja wahrscheinlich ja nicht Nein, das kommt auch noch on top drauf Hä aber was? Aber jetzt sagst du mal Was haben die denn gemacht? Was hat diese Firma denn gemacht? Ihr habt den 20.000 Euro in den Rachen geschoben Und was haben die gemacht? Uns ein Jahr lang betreut Ja aber was haben sie denn gemacht? Das war nämlich dann die große Frage Irgendwann halt nach einem halben Jahr von mir Eigentlich schon nach drei Monaten Wir haben einen Vertrag unterzeichnet Vorher Haben Vorkasse gemacht Damit sie arbeiten können Ja Und nach drei Monaten Beziehungsweise nach der ersten Single Habe ich schon gesagt So ey irgendwie Was passiert hier eigentlich? Also der Content kommt von uns Die Ideen kommen im großen Teil von uns Das Einzige was wir machen Wir schieben euch den Content rüber Und ihr platziert den dann Aber das Werbebudget muss ja auch von uns kommen Wofür geben wir denn gerade so viel Geld aus? Und so dass ich nach einem halben Jahr Dann auch gesagt habe Weil ich mich mit der Person Die uns betreut hat Trotzdem immer noch sehr gut verstanden habe Aber auch die Frage gestellt habe Ey ganz ehrlich 20.000 Euro Ich könnte mir einen Praktikanten einstellen Der die ganze Zeit mit dem Handy hinter mir herläuft Und dem ich halt im Monat 1500 Euro gebe Da habe ich ja mehr von Als gerade von dem Was ihr macht Was hier jetzt gerade passiert Und es wurde eigentlich immer nur hin und her gedruckt Ja wir könnten euch ein neues Tool anbieten Naja aber ihr seid ja mit euren Ideen ja immer so weit Also wir können euch ja gar keine neuen Ideen geben Ihr blockiert ja auch schon wenn wir irgendwelche anderen Ideen halt reinbringen So war halt so ein bisschen die Aussage Man sagt so ja ne aber wir haben ja Wir haben ja feste Content Pläne Die wir ja auch schon selber am Anfang durchgegangen sind Warum wir blockieren halt nichts von euch Das war am Ende sind irgendwann so Dass ich gedacht habe Das ist wahrscheinlich Dass eine beratende Person Ein sogenanntes Ein Kickback bekommen hat Weißt du was ein Kickback ist? Ein Kickback ist Du vermittelst einen Kunden An eine andere Person Und kriegst Kohle dafür Und das war nach einem halben Jahr genau meine Frage Ey die beratende Person Die für uns zuständig sind Hat die ein Kickback von euch bekommen? Ja Weil Aus den 20.000 Euro natürlich Die ihr bezahlt habt Genau aus den 20.000 Euro Ja ja so und so viel Prozent So und so viel Prozent Habt ihr dafür ein Kickback bekommen? Provision ist ein Effekt Ja ich weiß nicht so richtig Also auch da wurde wieder rumgedruckst Okay Und es war dann so am Ende Dass dieser Vertrag Den wir halt miteinander gehabt haben Dass ich den anfechten wollte Und die beratende Person hat dann gesagt Ja wir können doch nicht mit dem Anwalt gegen gehen Weil sie ja im Prinzip ja schon geliefert haben Und es ist ja auch im Prinzip nicht ganz klar Ob ihr damit erfolgreich seid Und nachher kostet euch der Anwalt Beziehungsweise das Verfahren Viel mehr Geld Als das was ihr da reingegeben habt Und so saßen wir auf jeden Fall Und haben die Hälfte Unsere ganzen Kohle An ein Unternehmen gegeben Was für Social Media zuständig gewesen ist Die uns im Nachhinein Nichts gebracht haben Außer Lehrgeld 20.000 20.000 Euro Lehrgeld Es gab dann noch so Situationen Wo ich am Ende dann angefangen habe Mit dem Anwalt zu drohen Und wo die gesagt haben Okay Das und das Budget ist jetzt noch übrig Wir packen das jetzt auf die nächste Oder auf die letzte Single Packen wir das da drauf So dass wir dann wieder cool miteinander sind Und safe Und es war halt einfach so Ey aber ganz ehrlich Wie habt ihr denn 20.000 Euro verbraten? Für was? Ja vor allem Habt ihr denn wenigstens Habt ihr denn wenigstens irgendwie gesehen Wenn ihr was Also wenn Wenn ihr die Single rausgebracht habt Und diese Werbung Habt ihr dann mehr Mehr Leute erreicht? Da kommt man natürlich drauf an Wie viel Werbung du geschaltet hast Das konntest du ja im Nachhinein nicht nachvollziehen Oder nicht wirklich nachvollziehen Weil du in diesem Game dann nicht drin gesteckt hast So im Sinne von So was ist da eigentlich alles passiert? Du bekommst halt Reportings Du bekommst halt Zahlen Wo du aber als Laie Überhaupt erstmal gar nichts mit anfangen kannst Aber die Die Promotion Die du gestartet hast Die hast du ja natürlich auch selber bezahlt Ja Jetzt guckst du so Und denkst halt Was? Ja genau so Hab ich denn auch geguckt Also du stehst dann da Und denkst halt einfach so Wow Wir haben so viel Geld zur Verfügung Was könnte man damit machen? Könnte man nur diesen einen Song promoten? Oder stecken wir so viel Geld In eine Single rein? Und die zieht sozusagen alles mit? Nein Du wirst dann in dem Sinne beraten Dass das Geld irgendwo anders gelagert wird Eine Person vielleicht Ob das so passiert ist oder nicht Einen Kickback bekommt Und du einfach denkst so Ey Irgendwie wurdest du halt gerade verarscht Und deshalb erzähle ich dir das Das ist halt auch gerade Weil wenn ich in der Situation Am Anfang gewesen wäre Ich nehme das jetzt auf Ich überlege jetzt nochmal Ob das was da halt gerade passiert Wirklich Wirklich Wichtig ist Oder ob das gerade nur Dass du so ein Feelgood Vibe bekommst Weißt du Dass ganz viele Leute sagen Sie glauben an dich Sie glauben an deine Songs Sie hätten den richtigen Plan für dich Wie cool wir alle miteinander agieren Wie geil wir ja schon im ersten Gespräch Alle miteinander lachen Wie sehr wir die gleichen Bands feiern Wie teilweise wir auch die gleichen Leute kennen Die in der Musikbranche Genau das war wahrscheinlich genau das Problem Und genau das ist damals das Problem gewesen Weil ich unbedingt wollte Dass das Wir sind damals mit Don't forget these days Halt rausgegangen Weil ich unbedingt wollte Dass das jetzt richtig knallt Mein Wille Dass das jetzt richtig knallt Und mein Traum Dass das jetzt richtig nach vorne geht War so groß Dass ich alle Anzeichen Und alle Von Scheiße nicht gesehen hast Ja von Scheiße nicht gesehen habe Dass Dass Menschen Die mit dir zusammenarbeiten Im ersten Moment ja auch mit dir zusammenarbeiten Um Code zu bekommen Das kann ich der beratenden Person Jetzt irgendwie nicht übel nehmen Weil das deren Job ist Naja klar So Ich kann ihr vielleicht übel nehmen Nicht richtig gespielt zu haben Ja So Ich kann ihr vielleicht übel nehmen Auch Diese Entscheidung Getroffen zu haben Hey wir müssen jetzt mit denen zusammen Mit denen zusammenarbeiten Das kann ich ihr vielleicht halt einfach übel nehmen Aber Und im Großen und Ganzen Sind Entscheidungen immer davon getrübt Ob man nur das sehen Oder nur das sieht Was man sehen will Weil der Traum Und weil der Weil das Verlangen Oder das Need nach Erfolg So groß ist Dass du über diese ganzen Red Flags Einfach drüber schaust Da war einfach zu viel Buddy Und zu wenig Business Ich bin der festen Überzeugung Dass das beides geht Ja aber Naja anscheinend ja nicht Wie bei mir nicht Du hast jetzt ja das Beispiel Dass es nicht funktioniert Also es kann bestimmt funktionieren Weiß ich nicht Ob das wirklich so geil ist Keine Ahnung Aber in dem Fall Ja man guckt doch jetzt bei dir Bei Großstadt Geflüster Ihr schafft es halt über die Arbeit Und über ein gutes Gefühl Dass ihr auf der einen Seite Gut und professionell miteinander arbeiten könnt Aber auch dass ihr trotzdem Buddy Gefühl habt Ja Ja das stimmt Ja ich weiß aber nicht Ob das Ich weiß nicht Ob man das ummünzen kann Auf eine Firma Die dafür zuständig ist Dich groß rauszubringen Also weißt was ich meine Ich glaube das Weiß ich nicht Ob man das Also ich weiß was du meinst Ja Aber das kann man nicht so Aber ich glaube man muss halt Irgendwie kurz weg von diesem Eine Firma Die dafür zuständig ist Dich groß rauszubringen Ne aber eine Firma Die dafür zuständig ist Dass eure Songs Platziert werden Dass eure Songs Werbung bekommt Dass ihr neue Leute generiert Dafür war die Firma zuständig Dafür hat die 20.000 Scheiß Euro bekommen Und dafür Ich glaube das wusste die Firma selber noch nicht mehr Was sie halt machen Weil die halt noch jung gewesen sind Sich neu aufgestellt haben Und so wie die Firma Oder beziehungsweise das Studio Was sich ja jetzt gerade eingeschaltet hat Überhaupt gar keinen Plan haben von dem Das machen wir Das machen wir Das machen wir Dafür bekommen wir das Geld Dafür bekommen wir das Geld Dafür bekommen wir das Geld Entweder ist euer Content So großartig Dass der sich halt multipliziert Oder Ihr habt so viel Budget Dass wir Ganz viele Bereiche abdecken können Wo wir ganz viel Netzwerk haben Was ist Radio Promotion Was geht bei Meta rein Was setzen wir auf TikTok Seid ihr überall relevant für TikTok gerade Sondern dass sie halt einfach Einen Plan erstellen Und fokussiert darauf Eingehen Was braucht ihr eigentlich gerade Und dann halt dafür bezahlt werden Ja Also dass du dann dafür bezahlt wirst Dass du nicht vorher Einen Vertrag abschließt Wo du halt einfach sagst Hier sind 20.000 Euro Und jetzt macht mal Ich habe gerade gar keine Ahnung Um 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 was es geht Das musst du mir auf jeden Fall noch erzählen Aber Für mich hört es sich das so an Als Wurde Auf jeden Fall Das Buddy-Gefühl Hart ausgenutzt Um Euch in diese Firma reinzukriegen Und diese Firma hatte überhaupt Gar keine Ahnung Was sie eigentlich macht Und machen muss War aber so Ey geil Wir kriegen halt 20.000 Euro Weil die einen Fördertopf haben Blablabla Und wir probieren uns da mal aus Ja So hört sich das für mich an Und da muss ich ganz klar sagen A Wusste das hundertprozentig Die Person Die auch euch da reingebracht hat So Ganz sicher Klar wusste die das Auf jeden Fall Also die wusste ja mit Sicherheit Die sind neu Also jetzt nicht ihr Sondern die Firma Die Firma ist neu Keine Ahnung Und die wissen es noch nicht hundertprozentig Aber Ach mit Otwill Das kann schon funktionieren Wir probieren das einfach mal aus Und vor allem Die geben ja nicht die ganzen 45.000 aus Die geben ja nur 20.000 aus So wie tut das halt nicht Und dann im Endeffekt nicht abliefern Und es dann im Endeffekt auch die Person Die euch da reingeholt hat Nicht irgendwann mal gesagt hat So Ah Irgendwas läuft hier aber ein bisschen komisch So Warum funktioniert denn das eigentlich nicht Finde ich schon ganz schön arschig Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken Genau Und deshalb Also wenn ich jetzt Wenn ich dir jetzt sage So Hauke hör mal zu Ich kenne hier Zwei 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 Mädels Und drei Zwei Mädels und Typen Die Haben jetzt gerade eine Booking Agentur aufgemacht Die heißen XY Booking So Und die haben richtig Bock euch zu machen Die finden eure Mucke geil Und das ist alles voll gut Und das wird richtig Richtig suche Glaub mir mal Das wird richtig geil Die kriegen so und so viel Provision Pro Gig Schnicki schnacki Keine Ahnung Und du sagst so geil Okay Ich vertraue dir da Lass uns da mal ein Gespräch führen So Dann führst du ein Gespräch mit dieser Booking Agentur Und die erzählen dir genau das gleiche Was die andere Firma dir erzählt hat Und du kriegst ein gutes Gefühl Aber du kriegst vor allen Dingen ein gutes Gefühl Weil ich dir sage Genau Weil ich dir sage Dass die cool sind So Und dann Merkst du Nach einem halben Jahr Wo eigentlich eine Tour stattfinden sollte Von 14 Terminen Von diesen 14 Terminen Gibt es aber nur drei Und die finden In autonomen Jugendzentren statt Wo eure Musik gar nicht hinpasst Und es kommen fünf Leute Weil diese drei Booker Innen Überhaupt Gar keine Ahnung haben Was die da machen Weil die keine Kontakte haben Weil die das noch nie gemacht haben Oder vielleicht haben sie es mal gemacht Aber auch nicht so richtig Vielleicht haben sie mal im Club gebucht Oder so Und denken sich jetzt Wir machen das jetzt mal hier Worldwide Mit einer geilen Tour Dann Ist es doch so Dass du irgendwann zu mir kommen würdest Und würdest sagen So Alter Was hast du da Was hast du uns da Für eine Scheiße erzählt Was sind das für Was sind das für Menschen So Warum Also die können nichts Da passiert nichts So Und dann Zu Recht Solltest du auf mich Unfassbar sauer sein Und mir einfach mal hart Die Freundschaft kündigen Weil du dann sagst So Alter Wir sind Freunde Du kennst mich Was hast du hier für einen Scheiß gemacht Der Unterschied einfach daran Du hast vollkommen recht Wenn du mir jetzt jemanden empfehlen würdest Und sagen würdest du Ey ich kenne jemanden Dann würde ich erstmal Auf dein Wort hören Ja Und ich würde dir vertrauen Und einfach sagen Ach Diggi Du bist so lange im Business Die Leute kennen dich Du kennst die Leute Dann würde ich einfach sagen So geil 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 für den Kontakt Ja Aber das hast du ja gemacht So Der Unterschied einfach daran ist Du bekommst keine 20% von mir Naja Das hätte ich ja mit den BookerInnen klären können Dass wenn ich die Na natürlich kann ich das machen Na natürlich Ich kläre mit der BookerInnen Und sagst du hör mal zu Die haben halt Eine Förderung von Von 45.000 Euro Davon können wir Oder ihr auf jeden Fall Irgendwie 10.000 Euro bekommen Damit ihr eine vernünftige Tour machen könnt Blablabla Und keine Ahnung Stinkischnacki Was auch immer Und dann kriege ich davon halt Nochmal so und so viel Prozent Das muss ich dir doch überhaupt nicht erzählen Und das hat die Person halt auch nicht gemacht Genau Und jetzt fangen wir halt Darüber an Tacheles zu reden Und was für ein Konstrukt Man sich eigentlich befindet Du vergisst halt auch Die Touren Die sie halt gebucht haben Und die halt nicht so richtig funktioniert haben Das ist die eine Sache Ich selber Bringe ja noch ganz viele Kontakte mit Und hab ja noch Zwei bis drei Festivals Wo ich auch ein relativ gutes Geld bekomme Wovon sie aber Jetzt sind 20% haben würden Genau Die kommen trotzdem rein Genau Dann würde ich jetzt sagen so Ey Wie kann das eigentlich sein Ich hab jetzt 10 Festivals Hab ich selber gebucht Die halt richtig gut bezahlt werden Aus meinen Kontakten Davon kriegt ihr 20% Und dann setzen wir in Relation Was ihr gemacht habt Ja Drei Jugendzentrum Konzerte Und dann wird die Agentur sagen Naja Dann muss man in deinen Vertrag reingucken Genauso steht das da Alles was ihr reinbringt Alles was ihr macht Davon kriegen wir halt auch 20% Schade Und dann sind wir wieder beim Vertrag Und dann sind wir wieder beim Vertrag Genau Den man dann abschließt Ja So Deshalb bekomme ich jetzt auch von dem Studio Das mich angerufen hat Keinen Vertrag Ich hab noch wirklich nachgefragt Ob ich sowas zugeschickt haben kann Ja aber krieg ich nicht Krieg ich nicht Ja Das machen sie Das handeln sie immer Also jeder Bei jedem Künstler Jeder Künstler ist was anderes Und bei manchen schreiben sie halt mit Und da gibt es ein bisschen GEMA für Und hin und her Aber da gibt es halt nichts Deshalb noch einmal Damit hier ein gewisser Mehrwert Aus diesem sehr Sehr vagen Gespräch Rauskommt Ist Es ist ein verficktes Hai Fischbecken Und es gibt so viele Schwarze Schafe Gerade wenn es darum geht Und das Geld untertäuschen zu ziehen Richtig Und ich glaube Man braucht die Personen Um eine rum Die immer sagen so Ey Lies dir das nochmal durch Pass doch mal ein bisschen auf Pass doch mal ein bisschen auf Willst du die jetzt gerade buchen Weil sie dir Honig im Smaul schmieren Oder willst du sie gerade buchen Weil die schon Leistungen gebracht haben Ob das dann halt passiert Also ob du dir so eine alteingesessene Agentur nimmst Und dann da Geld für bezahlst Das kann immer trotzdem noch sein Dass es nicht funktioniert Es ist immer unterschiedlich Aber gerade so Gerade bei solchen Sachen Denke ich halt immer so aus der Erfahrung heraus Ich habe so viel verficktes Lehrgeld bezahlt In meinem verfickten Leben Ja wahrscheinlich wie 80% aller anderen Bands auch In eurer Größe Das hat ja jeder durch irgendwie Mit Sicherheit Ich habe mal mit dem Bassisten von Halloween gesprochen In einer alten Liebe Und in einem 90 Minuten Gespräch Wo der dann auch sagte Ey Weißt du was Wir haben so viel Geld in den 80er Jahren verdient Was wir nicht gesehen haben Wenn du nicht einmal dein Label verklagt hast Und nicht einmal vor Gericht standest Bist du auch kein richtiger Musiker Das ist ja Das ist ungefähr wie die Doku von Er heißt Ron Perlman oder? Ne heißt er Ron Perlman? Ron Perlman hat auf jeden Fall NSYNC und Backstreet Boys gemacht Ne der ist es nicht Lou Perlman heißt er Ron Perlman ist ein Schauspieler Ist Hellboy Genau schon Ne also es ist nicht Hellboy Die Doku von Lou Perlman auf Netflix Wo es darum geht wie er So ein Schneeballsystem aufgebaut hat Großartige Doku angucken Wie er so ein Schneeballsystem aufgebaut hat Und damit im Endeffekt angefangen hat Bands zu promoten und aus den Künstlern zu machen Und NSYNC sich irgendwann so nach 10 Monaten gefragt haben Nachdem sie irgendwie nur gespielt haben Und nur Geld geschäffelt haben Angeblich Wo dann das ganze Geld hin ist Und er dann irgendwann gesagt hat Ja lass uns mal treffen Lass uns mal zusammensetzen Und dann hat jeder von NSYNC einfach 10.000 Euro bekommen Mit dem Scheck Handgeld Und das Geile war Er hat sich vertraglich Als sechstes Mitglied Bei den Backstreet Boys Und bei NSYNC mit reinschreiben lassen Dementsprechend hat er nicht nur So eine Provision bekommen Weißt du Sondern er hat auch noch das Geld bekommen Als sechstes Bandmitglied Und der hat ja vorher Flugzeuge gehabt Im Endeffekt Der war irgendwie Flugzeugdude Und hat Flugzeuge vermietet Was hinterher aber auch alles Irgendwie so sehr schwammig war Und er hat sich so ein Schneeballsystem aufgebaut In dem er Kohle Von Flugzeugsachen bekommen hat Die hat er dann wieder irgendwo anders In eine Bank reingesteckt Hat sich dann einen Kredit geholt Und wenn der Kredit weg war Ist er dann zur nächsten Bank gegangen Hat sich wieder einen Kredit geholt Und hat damit den alten abbezahlt Weißt du So ein komplettes Schneeballsystem Was dann irgendwann völlig In sich zusammengebrochen ist Und Schaut euch die Doku an Die ist auf jeden Fall sehr gut Aber so ungefähr hört sich das dann halt an Oder schaut euch jede dritte YouTube-Werbung an Die ich halt reinbekomme Ja oder mach das genau Wisst ihr Früher war ich ein fetter Kerl In einem Rollstuhl Ja und jetzt setze ich mich Setze ich mich auf einen Stuhl Und mache auf einen Stuhl Drei Monate lang hier Übungen Und sehe halt aus wie Jean-Claude Van Damme Ja herzlichen Glückwunsch Funktioniert nicht Hab ich gemacht Geht nicht Ja das ist Quatschi Ja Ja aber das Ding ist Das Ding ist gelutscht Also ich glaube Er hat ja noch gesagt Wenn du Bock hast Können wir das ganze Gespräch Nochmal vertiefen Und ich soll ihn nochmal anrufen Oder per WhatsApp Nochmal eine Nachricht schreiben Eine Whatzi halt Eine Sprachie Aber an sich ist das Ding Da gibt es halt auch Nichts mehr Neues zu hören Ich hab gedacht Man kann so tief und reißerisch In so eine Art Spiegel Du hättest dich dummer stellen sollen Alter wirklich Du warst einem Das kannst du halt nicht Ich verstehe das auch Dass du das nicht kannst Aber du hättest wirklich Ich dachte ich hätte mich schon dumm gestellt Ne anscheinend nicht Ja und in dem Moment Ja und in dem Moment Wo ich gemerkt habe Irgendwie riecht er die Lunte Hab ich ihn halt ausgefragt Ja 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 So und dann Dann hast du halt So eine Band wie Fetzer Machst du jetzt Machst du jetzt einen Song mit dem? Das ist ja die Frage Kannst du ein Feature mit Fetzer machen? Das war so ein Scheißname Tut es leid Apropos Scheißname Also gar nicht Scheißname Überhaupt gar nicht Scheißname Ich war am Wochenende ja unterwegs Und wir waren am Samstag Beim wunderschönen Rocken am Brocken Warst du schon mal da? Wir haben da mal gespielt Ihr habt da auch schon mal gespielt? Ernsthaft? Ja wir haben da mal gespielt Und wir kamen halt ein bisschen zu spät Weil ich einen Autounfall gebaut habe Okay Nein ich hab nicht einen Autounfall gebaut Vor uns war Jemand im Kombi Der gedacht hat Ah die gespielt Ich erinnere mich Ja 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 Jemand im Kombi Der gedacht hat Oh hier ist ein Gefälle Ich bremse hier einfach mal ab Ohne zu blinken Und dann war dadurch Dass wir einen Trailer gehabt haben drauf War der Bremsweg halt doppelt so lang Und dann sind wir den vorne rauf gekracht Aber ihr habt noch gespielt da Wir haben noch gespielt Erinnerst du dich noch an Wie lange ist das her? Oh das müsste schon fünf Jahre her sein Okay Dann war es wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner Glaube ich Oder hatten die da auch schon zwei große Bühnen? Ich kann mich Die hatten eine Zeltbühne Und eine etwas größere Bühne Wo nach uns Meute drauf gespielt haben Okay Dann ist es auf jeden Fall größer geworden Die haben wirklich eine sehr Sehr schöne große Mainstage Noch eine kleine daneben Und dann haben die hinten rechts im Wald Nochmal so eine DJ-Geschichte Das sah aus wie so eine Wie so eine riesengroße Eule Ich sag immer es war eine Eule Und in der Mitte war halt so ein DJ-Fenster Wo halt die DJs drin gesessen haben Und dann hier Elektromucke gespielt haben Und oben in der Eule waren halt so Feuerflammen Und so ein Scheiß Und das war voll krass Das war in so einem Wald Dann gab es links noch irgendwie eine Bühne Auch in so einem Wäldchen Und das ganze Gelände Hatte so riesengroße Lampenschirme Auf so Holzfähle Oh das stelle ich mir aber richtig gemütlich vor Es war super süß Es war super sweet Es war ein ganz ganz tolles Festival Und wir sind von Braunschweig Äh ja Von Braunschweig Applausgarten Sind wir nachts losgefahren Und von da sind es 80 Kilometer Bis zu Rocken am Rocken Das bedeutet Dass wir alle gedacht haben Naja wir fahren jetzt um halb eins los Dann sind wir so um zwei kurz nach zwei da Äh dann können wir auf jeden Fall ja noch Party machen So Und dann habe ich halt der Veranstalterin geschrieben Beziehungsweise meine Arzteskehrfrau Ich so ey wie sieht es aus Was passiert denn bei euch noch Wenn wir da um Für den Nacht zwei halb drei ankommen Und dann sagte sie so Ja da haben wir noch Elektro und Indie Disco Die ist so geil Indie Disco Das ist ja super Äh wir sind dann und dann da Wäre voll schön Wenn wir schon direkt parken können Wenn du uns auch schon ein Bändchen geben kannst Vielleicht hast du auch noch ein paar Getränkemarken für uns Dass wir nichts bezahlen müssen Ja 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 kriegen wir alles hin So Dementsprechend sind wir von Braunschweig losgefahren Und ich kenne mich ja Wenn der Nacht dann losfährt Und ich müde bin Dann lege ich mich ins Bett und penne Also konnte ich das halt nicht machen Dann wäre ich nicht wieder aufgestanden Dementsprechend habe ich angefangen zu trinken Alkohol Alkohol Ich habe Alkohol getrunken Ich habe Wodka getrunken Und wir hatten eine Nine Miles Flasche Nine Miles heißt der Wodka so Kenn ich nicht Ja das ist Irgendwie so ein Wodka Und den haben wir halt getrunken Und irgendwann saß Jen Unsere großartige Sängerin vor mir Und hat Unten In An der Bauchflasche unten sozusagen Einen Knopf gedrückt Und dann ging ein Strobolicht In diesem In diesem Wodka An alle anderen die das jetzt hören Denken sie Bist du doof Tanja klar macht es das Ich wusste es nicht Ich habe geguckt wie ein Kind An Weihnachten Wenn der Weihnachtsbaum angeht So habe ich geguckt Es war großartig Dementsprechend habe ich mich da Haben wir uns da betrunken Dann sind wir da angekommen Und wir waren alle relativ Angeschickert Und sind dann noch auf die Indie Party gegangen Und wir standen da und wollten dann Getränke bestellen Und dann habe ich gesagt Ich hätte gerne einen Wodka Red Bull Und dann hat er gesagt Leider haben wir keinen Wodka mehr Ich so Das ist aber scheiße Was machen wir denn jetzt Und er so Trinkst du es einfach mit Gin Ich sage Ich mag aber keinen Gin Ja da machst du einfach Red Bull mit Gin Dann schmeckst du den Gin nicht Ich so Das ist eine hervorragende Idee Dachte ich Es schmeckte total lecker Weil es einfach nur nach Red Bull geschmeckt hat Und dann haben wir bei dieser Indie Party getanzt Und das war alles ganz schön Unser Nightliner Fahrer Tom war mit dabei Unser Lichtmann Pascal war dabei Und Jan war dabei Ria war dabei Und dann standen wir halt so im Matsch Weil es hat einen Tag vorher gerechnet Und dann standen wir im Matsch Und haben halt auf diese Indie Party getanzt Und haben uns so schön einen reingestellt Das war ein richtig schöner Abend Anderen Tag bin ich aufgestanden Und da war es dann nicht mehr so schön Weil ich halt um halb fünf im Bett war Und um acht Uhr bin ich schon wieder wach geworden Zenile Bettflucht Eines Tourmanagers Und mir ging es den ganzen Tag nicht ganz so gut Und ich sage immer so Du kennst mich Wenn ich einen Kater habe Bei mir kommt dann sehr viel ungefiltert raus Also es wird Du bist unerträglich dann Ne Doch Ich finde du bist unerträglich Okay das fanden die anderen jetzt nicht Die fanden das eher sehr lustig Ich war trotzdem immer noch total süß Aber alles was ich gesagt habe Kam sehr ungefiltert raus Und Ria musste mir zwei, dreimal Ist sie zu meinem Ohr gekommen Und hat gesagt so Daniel das musst du leiser sagen Das kam gerade sehr ungefiltert raus Es war ein sehr harter Tag Weil ich wirklich böse gekatert habe Und dann war es auch noch so richtig warm Und dann hat aber Also wir standen dann auf der Bühne Und haben gesagt so Ey wir sind Groschoffgeklüster Und können wir schon mal So ein paar Sachen klären Dann haben wir so ein paar Sachen geklärt Und dann kam einfach mal so ein Typ an Und dann sagt der so Ey bleibt euer Nightliner da stehen Und ich so Ja der bleibt da stehen Okay cool Ich muss dann eben noch einen Nightliner stellen Ich so hä Es kommt doch keiner mehr mit einem Nightliner Er so doch doch Die Tiny Wolves kommen mit einem Nightliner Die Tiny Wolves Ich so wer Er so ja die Tiny Wolves Und dann kam unsere Künstlerbetreuer Und dann sagt er so Kennst du die nicht Ich so ne Was ist denn das Er so und so Ja das ist ein Kinderchor Bestehend aus 40 kleinen Mädels Ich glaube ein Junge war dabei Ich glaube ich Ich glaube zwischen 6 und 8 So ist die Range Und ein musikalischer Leiter Also ein Typ mit Gitarre Und die kommen jetzt gleich mit einem Reisebus an Und mit ihren Eltern Und die kriegen im Catering halt irgendwie Apfelschorn und Chicken McNuggets Und ich so wie Die kriegen Chicken McNuggets Will ich auch Und dann sind die angekommen Das war auch alles total süß Die hatten alle so die gleichen T-Shirts an Und so Und waren total aufgeregt Da waren noch ein paar Eltern mit Die das Ganze noch so ein bisschen mit betreut haben Und so Und die liefen dann halt da im Backstage rum Und ich so Ja denk mir so Was soll das schon passieren Was sollen die da irgendwie schon großartig machen Und dann haben wir uns den Soundcheck angeguckt Durch Zufall Weil wir gerade irgendwas am FOH gemacht haben Und dann stehen da halt so 40 kleine Kleine Menschen auf der Bühne Und fangen auf einmal an Einen Soundcheck zu machen Und das war wunderschön Also das war Die haben einfach Songs genommen Ob das jetzt Coldplay war Oder Betaroff Die haben zwei Songs Von Betaroff einfach gecovert Dussmann und Platz am Fenster Heißt der glaube ich Und das war wunderschön Und wir haben gesagt Okay das müssen wir uns angucken Und dann stand eine Mutter vor uns Und die sagte Wir standen da schon so halb Tränen in den Augen Weil das halt so süß war Und meinte die Mutter so Ja wartet mal Wenn die spielen Der letzte Song ist Fix You Und ich so Und wir alle vier so Oh Gott Fix You ist eh schon so ultra traurig Und wenn jetzt auch noch von Kindern gesungen wird So oh mein Gott Und sie meinte Bei dem letzten Ding war es wohl so Dass da wo mehrere Leute Mit Slipknot T-Shirts standen Auf irgendeinem anderen Festival So Männer halt Auf so einem Metal-Festival Die bei dem Song Alle geheult haben Wie Babys Und da haben wir uns diese Show angeguckt Und nicht nur wir haben uns diese Show angeguckt Auch der Sänger von Team Scheiße Hat sich diese Show angeguckt Weil die einfach KV Ne Karstadt 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 Genau Einfach gecovert haben Von Team Scheiße Und das war einfach so Okay was passiert hier gerade Und wie gesagt Betaroff haben sie gecovert Und Luftbahn von Von Deichkind Ein Song von Materia Da haben sie hinten noch dran Schönheit der Chance Mit reingenommen Von Tomte Und Also das war einfach der absolute Wahnsinn Also wer irgend Ich wünsche mir auch direkt einen Song Von Tiny Wolves Auf die Spotify Playlist Die sind auf Spotify Die haben einen Song Auf Spotify Free Fallen Von Tom Petty Und die haben jetzt ein Album aufgenommen Was man auch kaufen konnte Also kommen bald neue Songs Und die spielen am 18.08 Spielen die im Knust Nein Mit den Hanse-Mädchen zusammen Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen Sich das anzugucken Das ist Herz aller Liebst Das ist herzzerreißend Wenn ihr mal wirklich wieder Fröhlich sein wollt Aber gleichzeitig weinen wollt Geht ihr bitte dahin Weil das unfassbar schön ist Und diese Mädels So einen Bock haben Und so Einfach so ein Rockstar-Leben leben Die haben Tag vorher Haben die auf dem Apple Tree Garden gespielt Das ist halt voll krass Das ist halt total gut Und der Typ Der musikalische Mir fällt der Name nicht ein Es tut mir total leid Der musikalische Leiter Der halt im Endeffekt Gitarre spielt Und das ist nur ein Typ Der spielt so Cajon Der geht auch so süß mit den Kindern um Weißt du Also der redet auch einfach Total süß mit denen Und wenn halt irgendwie Was falsch läuft Dann wird das halt total süß verpackt Und nicht Also das war alles Da war so viel Liebe auf dieser Bühne Und weil die Leute Die das gehört Es war bumsvoll Das war die erste Band um 14 Uhr Und da stand irgendwie Das komplette Rocken am Brockenpublikum war da Ich glaube da haben die Leute Im Wecker gestellt Anders kann ich mir das nicht vorstellen Da sind sie aus dem Zelt gefallen Völlig besoffen Ohne Duschen Ohne Essen Und haben sich das angeguckt Es gab eine Wall of Death Es gab ein Pogo Zu Rockstar Hey now You're a Rockstar Weißt du So da gab es ein Pogo Alter Alle haben gesprungen Alle haben sich auf den Boden gehockt Und sind dann hochgesprungen Und so Super süß Und zwei von diesen Mädels Fanden das so überwältigend Weil auch immer während der Songs Die ganze Zeit so Tiny Wolves Tiny Wolves Oder so Wolfsgeheul gemacht worden Ist von den Leuten Also völlig absurd Und zwei von diesen Mädels Fanden das so berührend Dass die erstmal angefangen haben zu heulen Dann standen die da auf der Bühne Und die eine hat so angefangen zu heulen Und dann die anderen Mädels Alle zu ihr hin Und haben sie im Arm genommen Und das war einfach Oh Gott Das war so herzereißend Du glaubst nicht Und bei Fix You Ich kann dir nur sagen Dass bei Fix You 85% der Leute Die da standen geheult haben Überall hast du nur weinende Typen Und weinende Männer Also vor Glück Also ne Weil es halt so schön war Du auch Ich auch Wir haben alle geholfen Hey Jan, Ria und ich Wir standen da Wir haben alle Tränchen verdrückt Das war der Wahnsinn Also wenn ihr wirklich Aus Hamburg kommt Und einfach 11,50 Euro ausgeben Weil das kostet 11,50 Euro im Knust Es fängt 16 Uhr ist glaube ich Einlass 17 Uhr fängt das an Kauft euch bitte Tickets Macht das Knust voll Weil die haben das echt verdient Guckt euch Tiny Wolves Und die Hanse-Mädchen Auch die Hanse-Mädchen Großartig im Übrigen Kannte ich vorher nicht Hab ich mir angehört Find ich geil Guckt euch das bitte an Weil das wirklich der absolute Hammer ist Also ich gehe auf jeden Fall dorthin Und werde mir das nochmal reinziehen Kauft ihr ein Ticket, Alter 11,50 Euro Bin ich mit dabei Wann? 18.8. ist ein Sonntag Da hast du nichts zu tun Ja siehste Das ist ein Sonntag Ja So Aber Rocken am Brocken war total geil Es hat super Bock gemacht Wir haben vor Desaster gespielt Ja Es war bumsvoll Es war also ein legendär Also ohne Witz Es war ein legendäres Konzert Weil das Publikum halt so dermaßen hart Bock hatte Also die sind direkt beim Intro bei Ketchup War irgendwie bis hinterm FOH sind die gesprungen Das war total krass Und auf einmal hat es nach 40 Minuten So Oder 50 So dermaßen angefangen zu pissen Also wirklich Das war Das war absurd Und wir hatten vielleicht Einen Anteil von 20% der Leute Die abgehauen sind Und die anderen haben einfach noch eine Stunde Mitgefeiert Also vor 45 Minuten sind die da geblieben Im strömenden Regen Wir hatten Leute Die Bauchklatscher in Schlamm gemacht haben Es wurden extra Wall of Desk Also alle sind auseinander gegangen Damit Leute im Schlammhals springen konnten Es gab Ratschläge Crowdsurfen Und whatever Es war absurd Also wirklich Die ganze Bühne war komplett nach vorne Du musst alles nach vorne schieben Und die Stage-Leute waren nur am Abdecken Von allen möglichen Sachen Den Leuten war das scheißegal Die haben gefeiert Bis zum verfickten letzten Song Also das Konzert war wirklich legendär Ach Tanja Du hast den Sommer deines Lebens wahr Ja Der Sommer ist bis jetzt ziemlich gut Auf jeden Fall Tja Was haben wir aus dieser Folge gelernt Fahrt alle zum Brocken am Brocken Hört euch Tiny Wolves an Vertraut keinen Leuten Über 40 Über 40 Auch nicht wenn die Leute über 40 Eure Freunde sind Was haben wir noch gelernt Turbojugendtage sind gar nicht so schlimm Wie man sie Wie man sie Wie man gedacht hatte Obwohl ich trotzdem nicht hingehen würde Ist ein Hort der Kommunikation Ist ein Hort der Kommunikation Also kommt immer drauf an In welcher Form die Kommunikation läuft Sagen wir es so Es wurde viel Bier getrunken Und ich glaube Deren Bestand vom Molotow An Bayreuther Bier Wurde schon am Freitag getilgt Ist es so? Ja Ich glaube die waren sehr überfordert Damit wie viel Bier Eigentlich gesoffen wird Die taten mir allen auch wirklich leid Alle Mädels dahinter in Tresen Weil die Leute Die halt irgendwie Zwei Tage hintereinander gearbeitet haben Die sahen alle auch wirklich aus Als wenn sie zwei Tage Ohne Schlaf gearbeitet hätten Ach du Scheiße Eieieieiei Das ist gar kein Problem Wir haben Eine fantastische Playlist Genau Die da heißt Astra Colada Nachtasyl Und da wünschen wir uns immer Großartige Songs drauf Tiny Wolves Und ich wünsche mir auf jeden Fall Tiny Wolves mit Free Fallen Dann wünsche ich mir auch Wegen Tiny Wolves Vom Bett darauf Platz am Fenster Und ich wünsche mir von Wilson Phillips Hold on Großartig Hört alle wieder Wilson Phillips Welcher Song ist denn das Mit Hold on? Warte Nicht anmachen Nicht anmachen? Ach schade Selber singen Selber singen kann ich eh nicht Nicht anmachen Selber singen Ähm Ich Ich hab einfach nur gerade Ein bisschen Billie Eilish Okay Ich hab jetzt gerade einfach nur Ein bisschen Billie Eilish Das ist auch so eine Newcomer Künstlerin Guess featuring Billie Eilish Okay Also Charlie XCX Mit Billie Eilish Und ich wünsche mir von Der wunderbaren Paula Carolina Der hat am Freitag einen Song Rausgebracht Der heißt Extra Und der ist wirklich Großartig Dazu wird es Ich weiß gar nicht Der ist extra Der ist extra gut Genau der ist extra gut Ich weiß gar nicht Ob ich das schon sagen darf Aber da wird es anscheinend Es gibt schon den ersten Remix dazu Es wird dort Für den Song gibt es Remixe von Menschen Die den Song geil gefunden haben Und einer ist von Scooter Ne Einer ist auf jeden Fall von einer Band Die ich betreue Und der wird glaube ich Ganz 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 dolle großartig Das kommt in den nächsten Wochen Ich weiß gar nicht Ob ich das schon sagen darf Aber ich hab ja nicht gesagt Welche Band es ist Kann man sich auch gar nicht vorstellen Ne Ich hab ja ein paar Darum geht es ja nicht So Aber hört euch den Song an Der ist großartig Ja gut Dann sagen wir einfach mal Vielen Dank fürs Zuhören Vielen Dank ihr Schnuggis Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt Auf Spotify gibt es Herzchen Genau Gibt uns ein Herz Die kann man anklicken Ja bitte Da fühlt sich der Algorithmus Richtig gut bei Ja ich auch im Übrigen Aber wir verlieren langsam Also Spotify Spotify verliert langsam die Oberhand Wir haben sehr viele Menschen Die uns auf Apple Apple Podcast hören Okay Wir haben sehr viele Apple Podcast hören Hallo Apple Podcast Hörer Also Platz 2 wird gerade hart verteidigt Amazon Prime wurde weggestoßen Okay Platz 2 ist jetzt Apple Ja hallo Apple User Schönen guten Tag Genau Wir hören uns nächste Woche ihr Lieben Tschüss Wir sehen uns nächste Woche Tschüss